Herzlich Willkommen zurück meine Freunde zum zweiten Teil von dem GameStar Battlefield 4 Event. Ja, wir sind jetzt hier auf einer Karte, dessen Name ich gerade nicht weiß, Sturm auf Paratelli, genau, das wollte ich sagen. Äh... Es spricht mit mir, da will ich nicht hin. Ich will zu denen da. So. Es wird nicht besser. Es wird einfach nicht besser. Ich bin nur mit Idioten unterwegs. Spaß. Äh, ja. Sturm auf Paratelli ist die Map. Okay, Sound stimmt. Ich schieße einfach in meine Gegend, damit ich weiß, ob der Sound auch cool ist. Uh, hier wird schon geschossen. Die Map sieht grün aus. Und kaputt. Wo will ich überhaupt hin? Ich will nach da hinten. Da hinten gibt es anscheinend Sachen, die man einnehmen kann. Deswegen, au, 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 au. Hört doch mal auf, auf mich zu schießen, verdammt. Da vorne läuft Delay. Der könnte mich auch mal, äh, aufsammeln. Irgendwer ist gerade bei mir gespawnt. Oh, ich glaube, Delay ist tot. Ah, da läuft das. Ja, gut, im Wasser. Ich dachte eigentlich, im Wasser wären die leichten Ziele, aber irgendwie bin ich... Ah, 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 ah. Rumpel ist tot. Hat er verdient. Das Ding ist einfach, ich will nach da drüben. Ah, warte mal, hier gibt es ein Bötchen. Ah, das auf dem Strand steht. Nein, B.O.D. Sheriff ist nicht. Mit dem Bötchen komme ich nicht irgendwie... Nee. Komme ich nicht mehr ansatzweise. Kannst bitte aussteigen. Hier rüber. Weil schwimmen, habt ihr ja gerade gesehen, ist eine schlechte Idee. Aber man kann auch tauchen, neuerdings. Gut, hier ist das ein bisschen schwierig, wenn das Wasser knietief ist. Aber generell kann man das auch machen. Oh, 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 oh. Was war ich jetzt? Dieser Kedos. Äh, au, au. Ich hasse ihn. Alle, die mich erschießen, hasse ich einfach demonstrativ. Down for life. Weshalb schießt du mich einfach? Vor allem, warum kann der Heli fliegen? Ich kann sowas nicht. Ich will jetzt auch mal ein Heli. Will ich das? Geil, eine F-35. Okay, komm. Das wollte ich gar nicht. Jetzt bin ich hier wirklich drin. Oh mein Gott. Ich fliege die auch noch. Kann das sein? Ich fliege die auch noch. Oh ja, ich fliege die auch noch. Oh mein Gott. Das wollte ich nicht. Ich dachte, irgendwer wird die fliegen, damit ich mitfliegen kann. Okay, ich kann schießen. Schießen ist cool. Da oben fliegt das. Achtung, Einsatz 10 Alpha wurde neutralisiert. Geh weg. Geh weg. Okay, ich muss jetzt erstmal eine Kurve fliegen. Hui. Oh mein Gott. Da unten. Huhu. Okay, fliegen ist geil. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Aber fliegen ist super. Huhu. Okay. Ich muss irgendwas töten. Wo ist ein Schiff, was ich abschießen kann? Da ist was. Friss. Einfach in den Heli geflogen. Wie auch immer das war, ich fand's geil. Ey, Heli fliegen macht übertriebenst Bock. Also was heißt Heli fliegen? Jet fliegen. Aua. Ich werde abgeschossen. Ah, da ist noch ein Jet. Ah, da kann ich mich im Cockpit umgucken. Okay. Huhu. Huhu. Hoch. 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 Bist du des Wahnsinns. Ich werde abgeschossen. Aua. Da ist ein Heli. Aber irgendwer ist hinter mir. Ich füge einfach ein paar Kunststücke. Ah, ich bin tot. Ja, Herr Siegesmund. Das war jetzt kein Wunder, dass sie mich erledigen. Ich hatte Hoffnung. Ich habe es auch lange durchgehalten. Aber leider nicht lang genug. Aber ich kriege Pluspunkte, wenn ich bei meinem Squad einsteige. Beziehungsweise die kriegen Pluspunkte. Dann steige ich mir gerade bei Kedos ein. Vielleicht können wir mal hier zusammen was einnehmen. Vielleicht weiß auch Kedos, was er tut. Äh, ja, er hat mehr Punkte als ich. Vielleicht weiß er das wirklich. Komm, komm, komm. Einnehmen. Und dann schnell weg hier. Äh. Okay, nice. Jetzt holen wir uns noch A und dann gewinnen wir das einfach. Rumpel, kannst du bitte Squad-Oders geben? Aha. Hier spielen voll die Professional Gamers. Ist hier irgendwas? Nein. Haha. Uh. Irgendwas hat auf mich geschossen und ich weiß nicht was. Irgendwas hinter mir. Du Muniz. Oh Gott. Wo denn? Ist er tot? Ich hoffe er ist tot. Egal, ich folge einfach Debitor, der weiß was er tut. Die wissen alle mehr als ich was. Die wissen alle mehr als ich was ich tue, glaube ich sogar. Komm, wir nehmen, ich hab doch gesagt, wir nehmen jetzt A rein und gewinnen. Das machen wir jetzt und dann sind wir alle glücklich. So. Wir haben ja hier Grenz, Lucky Noob, Kedos, Debitor. Da hinten kommt noch irgendwer. GLP kommt da gelaufen. Als letzter. Boah ey, GLP, nimm mal ab. Wir müssen so langsam. So, jetzt müssen wir uns eigentlich mal... Ich hab mir mal Rattenboot. Ich bin natürlich wieder voll der Einzelgänger. Ah, da oben fliegt was. Huh. Alle rennen sie im Kollektiv zu B. Ich hau wieder ab. Das ist ja, äh... Normal. Da kommt wieder ein COD-Spieler in mir durch. Ach, da ist auch noch einer. Hallo. Feindliches Gunship in der Luft. Ich hätte jetzt gerne C. Oh, ich glaube, der Jet mag mich nicht. Ich steig mal kurz aus. Ja, hier sind überall feindliche Soldaten. Stirb. Sarazar. Huh. Huh. Huhuhuhu. Okay, Gumprey ist auch weg. Wir eliminieren jetzt einfach einen nach dem anderen. Nicht so einfach, aber wir tun's... Äh. Nicht gut. Nicht gut. Oh, der mag mich nicht. Friss! Geil, getroffen. Okay, zweimal klappt das leider nicht, aber... Der war geil. Huh. Nein, Brosator. Warum? Er hat ein Pizmi-Zeichen. Das könnte einer von... Der hat eine Gesundheit. Ist nicht dein Ernst, oder? Unfassbar. Wo sind meine Team-Members? Da irgendwo. Nein, er ist weg. Schade. Noch irgendwo andere Team-Members rumfliegen, wo ich einsteigen kann. Da kann ich einsteigen. Ja, geil, mit dem Jetski. Wer fährt denn hier? Ach, der... Der... Jamsk. Äh, Jams... Jams... 23. Dem bin ich vorhin schon ein bisschen rumgezogen. Das lief ganz ordentlich. Ich häng jetzt zwar hier auf dem Bötchen, aber... Huh. Ich komm mit. Komm, wir regeln das. Ach, ich komm hier nicht hoch. Ich bin zu blöd, um da hochzuklettern. Ah. Verteidigen. Okay, ich komme. Will einer mitfahren. Lucky Noob ist am Start. Ich soll irgendwas verteidigen. Die, die die Team-Order geben, haben normalerweise Ahnung, glaube ich. Boah, ist das ein Wirrwarr hier zu fahren. Ah, wir sollen B verteidigen. Okay. Dann machen wir das doch mal. Ich weiß noch nicht wie, aber wir machen das. Oh Gott, da fliegt... Ah. Aua. Huh. Ich steig ab. Ist mir zu heiß. Tschö. Scheiße. Ich hab uns beide umgebracht. Sarazar schämt es. Oh Mann. Verrückte Welt. Oh, der ist im Kriegsgebiet. Ein Schiff ist hinter ihm her. Das macht mir aber gar nichts. Gem. Ja, bleib stehen. Ich hab Medipäckchen für dich. Ich hab ein Aufzähl markiert. Schalt es raus. Ich muss hier den graben. Huh. Da ist er. Da ist er. Nein. Ich hätte ihn gehabt. Hey, ich bin neunte. Goll. Ach. Spark 1 83. Das ist doch... Äh, 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 äh. Wie heißt er? Crabs Lutz aus... Von Minecraft Sven. Damals noch. Als es den Kanal noch gab. Oh, Alter. Ich spawne und werde abgeschossen. Kidos, warte. Ich hab Medipäckchen. Ich bin neunte. 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 Jetzt weine ich. Okay, der fährt Bike. Der chillt an den Steinen rum. Ich geh mal da rein. Okay, wo wollen wir denn überhaupt hin? Uh. Debitur bei der Raketenwerfer rum. Gefällt mir. Dass dieses Ping TeamSpeak ist, hab ich schon erwähnt. Ja, hab ich schon. Da sind nämlich die ganzen verrückten Chaoten drauf. Die ich aber extra gemutet habe, damit ihr nicht totgequasselt werdet. Beide erwischt? Ja. Ich weiß ja gar nicht, wen ich gerade alles erschossen hab. Aber immerhin... Nerd Alert hab ich gesehen. Aber das zweite hab ich nicht gesehen. Okay, ich soll zu E. Sagt mir die, äh, Scott Order. Also geh ich mal zu E. Da war ich doch gerade auch schon, ne? Was war bei diesem Schiff da? Hätt mir vielleicht ein Bötchen sichern sollen. Los! Oh, das war ein bisschen kurz. Aber egal. Okay, wie komm ich jetzt nach da drüben? Ich kann nicht bis nach drüben schwimmen. Ich brauch ein Bötchen. Oder ein Flugzeug. Das ist so nicht trans, Ratte. Ich brauch ein Flugzeug. Oder ein Bötchen. Huh, huh, huh. Na gut, den treff ich nicht, aber... Ah, schade. Feindlicher Helikopter in Sicht. Ich mag hier einfach alles. Irgendwas muss ich ja auch können. Oh, voll die Endzeitstimmung. Es fängt doch noch an zu regnen, Alter. Das ist nice. By the way, ich spiele hier auf, äh, Ultra-Einstellungen. Wen's interessiert. Da gibt's ja auch manche Menschen, die immer fragen. Ist das Ultra hier alles? Full HD. Bringt das was, wenn ich mit meinem Maschinengewehr auf ein Heli schieße? Aua. Gut, ich sterbe. Das ist vielleicht der Nachteil an der Sache. Ich dachte, vielleicht bringt das irgendwas. Oh, den hat's weggehauen. Haha, nice. Und wiederbelebt wurde ich auch noch. Delay, warte. Ich hab hier ein Medipäckchen. Oh, der macht das Haus kaputt. Alter, hier ist ja Endzeitstimmung. Wie geil ist das denn bitte? One and only Floyd. Ich glaube, wir haben eine Floyd gefunden. Beziehungsweise, er hat mich gefunden. Du Spast. Wenn du das hier siehst. Ich werde nie wieder deine Videos gucken. Aua. Alter, ich spawnen und sterbe. Dankeschön. Na, 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 ich... Wieso hat Debitor einen Stern hinter seinem Namen? Sehr wichtig? Ist der vielleicht Commander oder so? Hm, keine Ahnung. Geil, ich will damit fliegen. Was ist das? Oh, kann ich nicht. Okay. Dann steige ich halt woanders ein. Steige ich da ein. Okay, das. Debitor. Ja, da läuft ein Gegner. Der wurde markiert. Nein. Nein. Guck mal, Sarazza. Ich gucke voll gerne dein GTA Online. Warum tötest du mich dafür? Ich finde das nicht nett. So vergeht mir der Spaß an deinen Videos, wenn du mich immer tötest. Boah, das Wetter ist extremst geil. Ich beschränke mich einfach darauf, nur noch Leuten Medipäckchen zu geben. Wieso nehmen die gerade B ein? Ach, weil hier zu wenig Leute sind. Moment, wo ist Granate? Da ist Granate. Friss Granate! Aua. Unfair. Hier war doch gerade irgendwo einer, oder? Irgendwo über mir ist einer. Das sehe ich auf der Karte. Wusste, hier ist so ein Treppenhaus. Moment. Uh! Warum? Nein. Warum wusste er das? Ich werde immer schlechter. Ich stehe sogar noch vor... Noch stehe ich vor Delay, aber das wird sich ändern. Ich rette euch. Ich rette euch. Ah, Alter. Von 18 auf 11, einfach weil ich links klick gesmasht habe. Läuft, was auch immer das gerade war. Außer ein epischer Kampf. Ah, hinter mir ist einer. Leute, denkt dran, die zu marken. Gut, ihr hört mich gerade nicht, aber denkt daran, ein Coup auf den Gegner wirkt wahre Wunder. Da ist Kedos. Coup, Coup, Coup. Da, da. Ich glaube, ich habe ihn getötet. Ich habe einen Nerd Alert getötet. Erfolgserlebnis. Großes Erfolgserlebnis. Gut, da draußen sind auch noch Panzer und Helis. Mit dem will ich mich eigentlich nicht anlegen. Hui! Gut, das war jetzt nicht ich schuld, aber es war Goll. Da läuft was. Nice, da unten lauft auch noch zwei. Wie gesagt, denkt ans Marken, Freunde. Ich finde nachladen, das sage ich in jedem Shooter-Let's Play, was ich habe. Nachladen ist eine sehr behinderte Erfindung und sollte abgeschafft werden. Das habe ich schon so oft umgebracht. Das finde ich nicht gut. Oh, schöner Punkt hier oben. Hier, friss Medipack. Alter. Ich bin einfach umgefallen. Wie viele Tickets gibt es eigentlich noch? 172 zu 608. Und was? Alter, Fabian hat 21,0. Krass. Er beherrscht das Spiel wirklich. Hut ab dafür. Alle sind tot. Delay startet gerade. Ich glaube, mit dem Heli, oder? Ach, Delay. Nimm mich doch mit. Nein. Geh weg. Huch. Aua. Aua. Ich bin hier weg. Au. Ich kriege wieder nur auf den Sack. Nur weil ich schwarz bin. Erst mal ganz kurz mein eigenes Medipack fressen. Kann, glaube ich, nicht schaden. So, wollten jetzt alle hin. Ah, da ist er. Ah, da, da. Friss. Oh, zu hoch. Friss. Zu niedrig. Aua. Aua. Gefällt mir alles nicht. Huch, guck mal. Ich fliege ein Papagei. Huch, jetzt nicht mehr. Ulkig. Delay, delay, delay. Feindliche Rakete schlägt bei sein. Geh hinterkommen. Warum? Was tun die? Hohe Feindpräsenz in der Nähe. Was will der von mir? Connection lost. Connection lost. Ja, ist das okay. Ist wohl gerade Teamspeak abgeschmiert. Ich hoffe mal nicht, dass, äh, jetzt auch Battlefield abschmieren wird. Das wäre ungünstig. Ah, ich glaube, ich bin... Ah, ich bin wieder drin. Ah, ich glaube, Teamspeak ist abgeschmiert. Sind die denn alle? Ach, da hinten. Ich bin gerade viel mehr von der Map beeindruckt, als selbst zu spielen, so. Krass, guck mal, voll die hohen Wellen jetzt. TS Down, ja. Hu. 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 Aua. 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 Ich will hier doch nur weg. Ich tauche einfach, dann merkt das keiner, dass ich hier bin. So. Gott. Warum schießen sie mich Connection lost? Warum schießen sie mich alle ab? Da fliegt was. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Ich will nur zu B. Ich will nur zur Kaserne. Aua. Oh, Sarazar. In seinem hässlichen Panzer. 139 zu 527. Stimmt. Nicht gut. Wo steige ich ein? Kann ich hier irgendwo einsteigen? Mitten im Geschehen. Hier, Delay. Friss Medikit. Ich glaube, das konnte er gebrauchen. Ich schleiche mich jetzt einfach mal ein bisschen hier hoch. Okay, da läuft einer. Können die einen hören, wenn man rennt? Werden die dann angezeigt auf der Karte? Okay, der ist weg. Ich werde mal ganz kurz hier liegen. Der ist auch weg. Oh, das gefällt mir nicht. Ich werde den feinesten Soldaten sehen. Fall doch um. Aua. Ach, Pietzmeet. Da hatte ich gerade einen Kill und du versaust ihn mir wieder. Connection last. Connection last. Okay, langsam wird es nervig. Das Spiel sollte mal vorbei sein, damit ich das ausschalten kann. 128 zu 473. Oh, ich kann wieder einsteigen, merke ich gerade. Ich möchte da ins Bötchen. Oder fährt der Jetski? Oder er fährt einfach gar nichts mehr. Das geht natürlich auch. Da läuft was. Hat er ihn gerade einfach weggerotzt? Ja, hat er. Das geht natürlich auch. Der ist mir eindeutig zu viel in der Luft. Wir brauchen mal ein paar Leute, die die ganzen Flieger vom Himmel holen. Die sind echt nervig. Ich lege mir einfach hin zu die Pflanze. Vielleicht sieht mich dann keiner. Juhu. Mein Plan ist aufgegangen. So, jetzt gucke ich mal gerade, ob hier noch welche sind. Also hier tummeln sich ja einige, laut Karte. Oh ja. Nerd Alert ist irgendwie mein Lieblingsgegner. Den hau ich die ganze Zeit schon weg. Das kann auch meinetwegen so bleiben. Was willst du, Grenz? Ich hab nichts für dich. Huhu. Ich geh mal gerade eine Etage höher. Letztes Squad-Mitglied. Ihh. Aua, Aua, Aua. Hallo, Herr Blaze. Äh. Zu viele Gegner. Hört doch stehen. Ah, fuck. Ich wollte eigentlich gerade selber eine Granate runterwerfen. Gesundheit 1. Die hat nicht wirklich einen HP, oder? Das wäre schon das zweite Mal, dass einer einfach mit einem HP überlebt. Das gefällt mir nicht. Oh, ein Jet-Ski. Ich will Jet-Ski fahren. Ich bin noch das Tollste am Spiel. Wie kann ich denn die Ansicht ändern? Kann man hier irgendwo die Ansicht ändern? Oh. What the fuck? Oh, ich sitz hinten drauf. Das wollte ich nicht. Ah, hier sitzt wieder vorne. Ich glaube, mit F1 hab ich das gerade geändert. Oh, geil. Guck dir mal die Wellen an. Fett. Huiiii. Oh. Da ist ein... Ah. Ein Schiff. Ein böses Schiff. Aua. Ein ganz... Boah, die Wellen sind geil. Ich bin nicht letzter. Das halte ich mir immer noch zugute. War mein Ziel. Nicht letzter werden. Äh. Da sitzt einer rum. Da. Ich geh da hin. Kedos, ich kann dich heilen. Aua. Oh Gott, wer schießt? Da drüben sitzt irgendwo ein Fiesling. Och, der Chimpanse. Seht ihr, das mag ich einfach nicht, dass ich... Also, ich persönlich werde bei Battlefield immer von irgendwelchen Fliegeviechern getötet. Deswegen spiele ich auch immer COD. Da kann mir das nicht passieren. Gut, da gibt es natürlich Killstreaks und alles, aber... Ich weiß nicht. Irgendwie ist Battlefield nicht so das Ding für mich. Aber so ein riesen Community-Event darf man natürlich einfach nicht verpassen. Deswegen springt man einfach mal über seinen Schatten und zockt ein bisschen mit. Ich sehe hier gerade niemanden. Ich bin aber auch völlig in der Pampa. Boah, der Himmel sieht geil aus. Schieße es mal an. Richtig nice. Ich kann natürlich auch nicht mit meinem hässlichen, ne? Hier. Mit meinem... Wer ist... Da? Der hat mich entdeckt. Der schießt auf mich. Au! Moment, Delay. Ich heile dich. Ich wollte ihn heilen und dann werde ich erschossen. Ich wollte eine gute Tat vollbringen und Pete Smith hat mich daran gehindert. Mit dem Jet-Ski auf den Wellen surfen rockt. Ja, da hat er recht. Da hat er wirklich recht. Wir verlieren gerade irgendwie alles, oder? Kann das sein? Ich setze mich mal kurz in den Graben. Das ist ein bisschen sicherer. Aber ein bisschen ist da wirklich, äh, wörtlich zu nehmen. So. Den Heli... Ist ein Heli? Ja. Ah, aua. Irgendwer schießt auf mich. Ich bleib hier im Graben. An alle Teams. Checkt eure Karte. Arzett ist markiert. Ich bleib einfach hier unten. Oh. Boah, wie gerne würde ich einfach so ein Heli mit meinem... Bum. Und. Oh, ich hab getroffen. Ich hab getroffen. Unfassbar. Ich hab tatsächlich... Oh, 4 zu 19. So schlecht sind meine Stats gar nicht. Ich hab tatsächlich, äh, den Heli getroffen. Mit meinem Granatwerfer. Ist ja unglaublich. Einen Heli ignoriere ich mal ganz kurz. Aua. Seht ihr, was passiert, wenn man irgendwas ignoriert? Okay, das Boot war's in dem Fall. 56, 300. Wir holen auf, wir gewinnen das noch. Wir können es schaffen. Vielleicht ist es einfach die... Vielleicht sollte ich einfach einen Versorger spielen. Den hab ich in den ganzen Aufnahmen nicht einmal angeklickt. Vielleicht ist der Versorger die Klasse, die mir Glück bringt. Ich glaube nicht dran. Was hab ich überhaupt als, äh... Huiuiui, was bist du denn? Ja, die Ziele dann... Oh, nice. Hier ist deine Munition. Hups. Ja, schmeiß halt mal Munition. Warum auch nicht. Da ist dein Gegner. Stirb. Stirb. Oh, das war mal, äh, unfassbar in die, äh, Gegend geschossen. Da hinten ist er. Huch, ich kann mich nicht bewegen. Jetzt geht's. Da. Nice. Haben wir gut gemacht. Da ist auch noch einer. Nicht mit mir, mein Freund. Sergeant Rumpel. Weg mit dir. Noch irgendwo einer? Also ich muss sagen, ganz großes Lob, wo ich's grad oben links lese. Ähm, an die Menschen, die das hier auf die Beine gestellt haben. An den, äh, spontan zur Verfügung gestellten TS. Ich weiß leider gerade nicht, von wem der zur Verfügung gestellt wurde. Beziehungsweise ich hab den Namen wieder vergessen. Ähm, dass das alles so geklappt hat, ist super. Ich hab auch keine Probleme mit dem Server hier. Ich glaub, der wurde sogar von EA gestellt. Also wenn das so ist. Vielen Dank an EA dafür. Ihr merkt schon, ich läute schon die, äh, Abmoderation ein. Warum sitzen hier eigentlich überall diese hässlichen Papageien? Und warum können die wegfliegen? Ich wollte ihn erschießen. Das hat nicht funktioniert. Ich hänge gerade irgendwie auch dumm auf der Insel rum, hab ich das Gefühl. Alter, da ist das Schiff. Ui, das ist hier voll in die Insel gerast. Fett. Uh, ach, da spielst du vorbei. Ja, Freunde, komm. Bisschen Battlefield muss jetzt auch mal sein. Ich glaube, ich werde nie wirklich warm mit diesem Spiel. Aber es ist halt nicht schlecht. Nice, Fabian. Ja, Fabian hat wahrscheinlich wieder die Überstats. Ja, 28-3 ist das wirklich übertrieben. Kein Wunder, dass der so, dass der immer so schnell aufsteigt. Aber ich bin, oh, guckt mal. Ich bin auf dem sechsten Platz. Das ist ja nicht schlecht. Ach ja. Auf jeden Fall bedanke ich mich jetzt fürs Zugucken. Wie gesagt, vielen Dank an alle, die das hier auf, äh, die Beine gestellt haben. Und, äh, Fabian Hecker. Und würde mich freuen, wenn ihr einen Kommentar da lasst. Ihr seht, oder eine Bewertung da lasst. Ihr seht ja auch die ganzen Namen hier, wer mitgemacht hat. Die meisten haben ja auch einen YouTube-Channel, der so heißt. Könnt ihr auch gerne mal draufgehen und nachgucken. Und aus deren Sicht das Ganze gucken. Und, ja, hoffe, ihr habt Spaß gemacht. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss.